Puh. Makarov hat Worshevskys Tochter nach Berlin verfolgt. Wenn sie das Mädchen finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er die Nuklearkodes preisgibt. Kennen wir ihren genauen Standort? Trianguliere jetzt! Die Handyüberwachung hat gerade einen Anruf von ihr empfangen. Verbindung steht in 3, 2, 1... Alena Worshevsky? Kdoota. American Special Forces. Sprechen Sie Deutsch? Ja, meine Wachen sind tot. Sie kommen mich holen. Ganz ruhig. Wir sind unterwegs. Wo sind Sie genau? Sweet Vetterstock Wandschrank. Welche Seite? Keine Ahnung. Auf dem Gebäude gegenüber ist ein großes Schild Dressdorf zu sehen. Peilen Sie sich. Okay. Legen Sie das Telefon weg und keinen Mucks. Wir kommen. Alena lebt noch. Waffen im Anschlag und bloß nicht feuern. Wir sind American Special Forces. Sprechen Sie Deutsch? Das hat mich gerade sehr irritiert. Wir müssen nach der Todeszone. Los, los! Zu dem Gebäude! Bettung 01. Haben Kontakt zum deutschen Liebeskommandanten verloren. Wie ist der Status am Boden? Die Kanzlerkanone ist ausgeschaltet. Wir werden im Arzt und das Einsatzgebiet verloren. Aufhören! Gleiche Sekunden. Berlin wird da unten komplett zerlegt. Reli-Team ist unterwegs zur Tochter. Haltet ihn den Rücken frei. Der Vogel ist auf gleicher Höhe. 3x5 geht in die Warteschleife. Nach oben! Immer weiter! Ah, wo denn? Ah, steige. Los! Los! Bewego! Los! 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 Danke, Valerie! Wir übernehmen das jetzt! Panzer ausgeschaltet, Granit! Ihr könnt weiter! Verstanden! Danke für die Hilfe! Wir schulden euch was! Augen immer auf das Gebäude! Zugriff! Jetzt! Bestätigt! Scheiße! Linke Seite! Noch zwei! Los! Granit! Könnt ihr Arlena sehen! Granit! 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 Scheiße! Sie sind weg! Was zum Teufel! Overlord! Granit Team ausgeschaltet! Wiederhole! Eagles ausgeschaltet! Wir holen Arlena! Bestätigt! Sandman! Zur deutschen Panzerkolonne in südlicher Richtung aufschließen und weiter zum Zielgebäude! Over! Verstanden! Sandman Ende! Frost! Einklenken! Wir müssen auf die Straße! what happens! Sandman Ende! Xazen! 9. 2. Stattdorf! Was haben wir verlustet? Nehmt Ihre Erkennungsmarken mit! Rettungsfläger sollten die Autos blinden! Roger! Das ist der Sparlingsteam! Vorlord! Wir ermitteln ill sto! Wir brauchen die Evakuierung von drei Gefangenen. Alle Koordinaten folgen. 7, Romeo, 8, 5, 1. Amerikanisches Team. Ein russischer Panzer feuert auf die Brücke. Sie müssen den Panzer ausschalten. Nehmt ihr einen Raketenwaffe und macht den Panzer Platz! Stehen unter starkem Beschuss. Halten nicht mehr lange durch. Fick dich doch, du scheiß Russse. Das war jetzt nicht rassistisch gemeint, was war. Ich muss sagen, das schiebe ich gerade. Hallo? Ich war das nicht. Alles sicher. Wir rücken jetzt vor. Feuer! Feuer! Direkt voraus! All dem Panzer bleiben! Nimm sie als Deckung! Visiere Ziele bei der Bank an! Links! 20 Grad! Mehrere Ziele beim Bürogebäude. Angriff! ởateln! Die Panzer sind inわ. Anbleiben bis wir beim Hotel sind! Wir sind fast da! Mal los! Bewege! Nein! Alter! Ich schieß auf Freunde! Wie dumm! Wir ziehen Sie zurück! Weiter vordringen! Den Panzer nach! Dranbleiben bis wir beim Hotel sind! Wir müssen nach der Todeszone! Los! Los! Zu dem Geweide! Becken 01! Haben Kontakt zum deutschen Regionskommandanten verloren! Wie ist der Status am Boden? Die Körserkolonne ist aufgeschaltet! Wir werden überrannt! Einsatzgebiet verloren! Nichts verstanden, 01! Bitte wiederholen! Wir haben ein scheiß Gebäude einschlossen lassen! Sandmaps! Sofort zum Evakuierungspunkt zurückziehen! Negativ, Overlord! Wir erholen die Kleine! Ihr Signal ist immer noch aktiv! Standard war schnell! Schnell ist weg! Gehalten Kontakt! Over! Na durch! Wir bringen den Vorbereitung durch unsere Panzer. Ist immer gekommen! Mann! Das ist immer ein Scheiß! Was? Die Hütte kann jeden Moment über uns einbrechen! In Bewegung bleiben! Jo! Oh Jo! Sorry! So! Wörter jetzt! Das war jetzt ein hoher Emergency! Hier drüben ist ein Durchgang! Ich sehe ihn! Da ist das Hotel! Oh ja! Ist klar! Oh ja! Oh ja! Ist klar! Oh ja! Ist klar! Oh ja! Overlord! Wir sind am Zielgebäude! Das Neuigkeiten von der Kleinen... Reden sich für Evakuierungen im zweiten Stock! Es bleibt keine Zeit mehr! Gefaldieren Sie! Los! Los! Die Treppe rauf! Los! Zum Weg! Metal 01! Sie evakuieren das Mädchen jetzt! Schlage vor, ihr macht Gerd und bezieht euch zu einer Ecke! Alternative in Landezona! Nein! Ihr schafft das! Ich schicke es! Frost! Türhelter! Die ist hinter der Tür! Los! Die Tür da auf! Los! Ja! Ich bin hier! Wo bleibt ihr? Ich will die Tür öffnen, aber... Aaaaah! Frost! Die Tür auf! Echt jetzt! Los! Los! Jeffy! Ich bin hier! Das können wir nicht riskieren! Overlord! Kostbare Fracht negativ! Wir haben sie verloren! Schuss! Ach, scheiße